Jedes Jahr das Schauspiel der Triathleten. Entweder auf Hawaii oder in diesem Jahr auch in Nizza. Die Frage ist, kann diesen Ironman, ja diese hohe Belastungsform, überhaupt jeder? Ist das gesund oder sollten wir besser die Finger davon lassen? Das klären wir in diesem Video. Sicher eine der Sportarten mit dem größten Boom-Faktor in den letzten 20 Jahren, Triathlon. Die Kombination von drei Ausdauersportarten, Schwimmen, Radeln, Laufen. Alle kennen natürlich den großen Wettbewerb des Ironmans, ja sehr populär. Auf Hawaii erstmalig und vor allen Dingen immer noch als Weltmeisterschaft auch gefeiert, immer wieder in den Medien auch zu sehen, sicherlich der anstrengendste und medial am weitesten verbreiteste Wettkampf. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und hinten drauf noch ein Marathon von mehr als 42 Kilometer. Weltrekord übrigens gerade, von dem Dänen gelaufen, in Rot, 7 Stunden, 24 Minuten am Stück. Für die meisten Menschen unerreichbar. Es gibt allerdings natürlich auch die abgeschwächte Reform oder eher die populäre Reform, weil sie am weitesten verbreitet sind, die olympische Disziplin. Dies in einer Stunde 30 in der Regel in der Spitze zu absolvieren. Amateure brauchen da drei Stunden zu. 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radeln, 10 Kilometer Joggen. Auch schon eine ganz schöne Beanspruchung. Und diese drei Ausdauerdisziplinen miteinander zu kombinieren, ist wirklich auch deswegen so unheimlich problematisch. Und deswegen ziehe ich wirklich den Hut davor, weil es so wahnsinnig unterschiedliche Formen der Bewegung sind. Und wenn wir uns mal die Weltklasseathleten anschauen, dann sind sie alle schon in einem höheren Alter. Jan Frodeno beispielsweise oder Patrick Lange, ja die deutschen Aushängeschilder, sind alle schon Ende 30 und haben auch so Mitte Ende 30 erst ihren Zenit erreicht. Warum? Weil erstens man natürlich eine wahnsinnig lange Trainingshistorie haben muss, weil diese vielen Ausdauerbelastungen, die da aufeinander kommen, setzen erst einmal voraus, dass man die verschiedenen Techniken auch optimal erlernt. Die sind so unterschiedlich, wie man sich kaum vorstellen kann. Und zum Zweiten, weil Ausdauertraining natürlich dann immer auch effektiv ist, wenn es möglichst lange gedauert hat, also viele Kilometer abgeschrubbt wurden und vor allen Dingen wirklich man so viele Kilometer gelaufen hat, dass man über Jahre oder Jahrzehnte eben ein paar Mal um die Welt wirklich sich bewegt hat. Das ist die Grundvoraussetzung, um wirklich nachhaltig und langfristig ein Großer zu werden in der jeweiligen Sportart. Das ist für die meisten Menschen sicher unerreichbar. Aber grundsätzlich, was da drinsteckt, ist, dass wir alle über diese Ausdauerleistungsfähigkeit doch vieles an Möglichkeiten auch in einem höheren Alter haben, nämlich besser zu werden. Und genau deswegen kommen auch gerade im etwas höherem Alter, so ab 40, 50, viele Menschen genau zu dieser Sportart, weil sie eben so abwechslungsreich ist, weil sie eben quasi wie ein Event auch mittlerweile in vielen Städten und Gemeinden, in Nationen auch wirklich sehr effizient und effektiv durchgeführt werden. Was heißt es dafür zu tun? Es heißt dafür zu tun, natürlich täglich zu trainieren. Profis zweimal am Tag alle möglichen Kilometer wirklich zu absolvieren, um möglichst viel Masse zu schaffen. Und auch für uns als Laien, als Anfänger, als Anfängerinnen oder als Breitensportler heißt es, relativ viel zu trainieren und deswegen wird man wirklich zu einem echten Triathleten erst, genau wie bei einem Marathon, erst nach einigen Jahren größere Erfolge erzielen können. Das heißt also, schnell geht es beim Triathlon nicht. Und vor allen Dingen muss man auch beachten, dass man wirklich richtig trainiert, denn die Überbelastung droht hier sehr schnell. Erstens Überbelastung natürlich auch der Gelenke, der Bänder, der Sehnen, der Knochen, weil die Belastung ist natürlich über die lange Zeitdauer, die hier absolviert werden muss, das Extrems für die passiven Systeme des Körpers. Und darüber hinaus muss man natürlich darauf achten, dass auch das gesamte Leben ein wenig danach ausgerichtet wird, das Ernährungsverhalten, das Trinkverhalten, das Schlafverhalten, die Regenerationszeit, die Pausengestaltung. Also es ist schon ein echtes Profiprogramm, möchte man es denn richtig realisieren und umsetzen. Mal so eben bei, das geht bei Triathlon in der Regel nicht, außer man möchte mal so ein bisschen Happening machen. Wichtig heißt also, bereitet euch wirklich ausreichend vor, nehmt euch Zeit und mindestens ein Jahr. Vorbereitung ist wirklich nötig, wenn ihr euren ersten Triathlon bestreitet. Um erfolgreich zu werden und den Langdistanz zu machen, dauert es sicherlich drei bis fünf Jahre. Nicht mal einfach so nebenbei, weil die Folgen dessen, wenn man es denn tut, sind schon gravierend, unter anderem auf das Immunsystem. Aber eure Gelenke werden es auch nicht gut überstehen, wenn ihr nicht ausreichend muskulär und energetisch vorbereitet seid. Ja, um wirklich die Grundlage dafür zu schaffen, muss man sich natürlich auch gut ernähren. Das heißt, abseits vom Fahrrad und vom Laufband oder aus der Schwimmhalle heißt es, vernünftige Ernährungskonzepte zu haben. Denn ihr könnt euch vorstellen, gerade bei einem Triathlon, und sei es, er dauert nur anderthalb Stunden oder zwei oder drei Stunden, er muss ja nicht gerade zehn Stunden dauern, wie immer Long Iron Distance, heißt es, vernünftige Ernährungskonzepte am Tag und vor allen Dingen auch danach zu absolvieren. Was heißt das? Natürlich morgens, wenn wir zum Beispiel an einen Wettkampftag denken, so zwei bis drei Stunden vorher erstmal den Wassertank auffüllen, ganz wichtig, weil Schweiß wird ziemlich viel produziert. Und so zwei bis drei Stunden vorher ein paar Kohlenhydrate in guter Qualität zu sich zu nehmen, damit auch der Kohlenhydratsspeicher einigermaßen gefüllt ist. Idealerweise beginnt man natürlich mit dem so einem Carbo-Loading sogar ein paar Tage, wenn nicht sogar eine ganze Woche vorher. Gibt es verschiedene Konzepte, aber Kohlenhydrate sind sicherlich hier die wichtigste Energiequelle, um diese Distanzen zu überstehen. Zweitens, während des Wettkampfs, das Allerwichtigste ist Trinken. Und gerade wenn ich viel unterwegs bin, also lange unterwegs bin, meine ich damit, dann heißt es natürlich, auf den Mineralienhaushalt auch zu achten. Flüssigkeiten also ungefähr ein bis maximal anderthalb Liter pro Stunde. Mehr kann der Körper nicht vertragen. In der ersten Stunde muss es reines, kann es reines Wasser sein, aber danach sollte immer mal wieder ein bisschen Salze dazu geführt werden. Mal rein faktisch ungefähr auf ein Liter Wasser mindestens etwa einen halben Teelöffel Salz. Das wäre hier die optimale Portion, um während des Triathlon ausreichend Wasser zu bunkern und nutzen zu können für die Schweißproduktion. Und dann natürlich wenig Energie in Form von festen Nahrungsmitteln tanken, weil die belasten einerseits den Magens, brauchen einen Kaufprozess, der auch wieder Energie kostet. Deswegen vielleicht am besten während des Rennens ja eher vielleicht in Getränkeform oder in Gelform, weil verflüssigte Nahrung ist besser und schneller einfach bereitgestellt. Muss man allerdings unbedingt ausprobieren, was verträgt man. Denn nicht alles verträgt man. Also da muss man schon mal einige Wochen vorher mal ausprobiert haben, wie geht es eigentlich mit diesem Produkt. Und ansonsten bekommt man nicht selten Magenkrämpfe. Also das gilt es wirklich sehr sensibel anzugehen. Und wichtig natürlich nach dem Rennen. Denn nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Könnt ihr euch vorstellen. Heißt es Nachsorge zu betreiben. Erstmal muss Flüssigkeit rein. So viel, wie es in dem Moment braucht. Aber auch in langsamen Portionen, kleineren Portionen nicht alles auf einmal. Zweitens Kohlenhydrate erst einmal kurzfristig zuzuführen, um so die erste Energie wieder zu kommen, wieder frisch zu werden, auch kognitiv, mental frisch zu werden. Aber das Allerwichtigste ist immer auch darüber nachzudenken, dass auch Ausdauerathleten Proteine brauchen. Und das gerade nach dem Wettkampf, damit die Reparaturprozesse sofort sich einstellen. Also hier darauf achten, dass mindestens über die ersten sechs bis acht Stunden immer kleine Kohlenhydrat-Protein-Portionen zu sich zu nehmen, um die verbrauchten Energiereserven und Aufbauprodukte dem Körper zu geben. Und ihr seht, Triathlon ist schon eine echte Wissenschaft für sich. Training macht schon viel Arbeit, aber dazu gehört dringend eine vernünftige, adäquate Ernährung. Und dementsprechend, wenn ihr nicht genau wisst, wie es geht, holt euch ein Profi an die Seite.